Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cinema Plaradiso, dem Filmpodcast von Under the Silver Screen, der heute ein wenig anders daherkommt als normal. Normal machen wir ja immer ein Thema aus unserer Aufnahme. Heute haben wir gedacht, wir lassen es einfach mal laufen. Die Besetzung bleibt allerdings unverändert. Wir fern zugeschalten aus Graz. Der Mann, der aufgrund seines Alters gar nicht mehr weiß, wie geil eine Tafel Junior Schokolade zum Film schauen ist. Severin Dringl aus Graz. Sevi, stimmt, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist tatsächlich. Siehst du, ich habe es gewusst. Was ist denn deine Go-To-Süßigkeit, wenn es um Filme geht? Ich glaube, über das haben wir schon einmal geredet, gell? Du hast schon Sportgummi. Sportgummi, korrekt. Im Kino. Im Kino, genau. Wie schaut es daheim aus? Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt so, also Sportgummi habe ich jetzt nicht unbedingt auf Lager, deswegen unterschiedlich. Ja, keine Ahnung, was halt so gerade in der Snack-Lade liegt, das ist immer unterschiedlich eigentlich. Keine Ahnung. Seien es einmal Gummibärchen oder, es ist oft ein Soletti, weil ich bin ein riesen Soletti-Freak, also da kannst du mir echt drei Backerl in die Hand drucken und die sind innerhalb von zwei Stunden weg. Perfekt. Das ist, ja, nein, also ich bin ein großer, also Soletti ist bei mir der Snack-to-go. Okay, an der Stelle gleich die Frage, weiße Schokolade, overrated, underrated, genau richtig rated. Wie siehst du das? Underrated? Underrated? Schmeckt wahnsinnig gut und es redet nie jemand über weiße Schokolade, zumindest jetzt nicht mehr. Siehst du, du solltest dir dringend einmal, also die angesprochene Junior-Schokolade kaufen, die ist wirklich geil, das war meine Kindheit früher. Also weiße. Weiße, mit so kleinen, diese Getreideflocken, wie man es aus dem Kinder-Country kennt, das Ganze eingebaut in, boah, voll geil. Du kommst ja aus der Steiermark, dementsprechend die Heimstätte von einer meiner Lieblingsschokoladen, generell. Zotter, yes or no? Yes, zumindest gehe ich sehr gern dort auf Besuch hin. Lieblingssorte? Boah, Nougat. Nougat? Okay, sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, weil in der Steiermark ist es, also vor allem bei diversen Familienanlässen, ist es gang und gäbe, dass wir uns gegenseitig mit Zotter Schokolade beschenken und das ist mein absolutes Horrorgeschenk. Weil jedes Mal, wenn ich das kriege, ich verputze sie einfach nicht, weil es meistens irgendein extravaganter Geschmack ist, den ich einfach nicht, dem ich nicht traue. Und dann verdiepfe die in meiner Süßigkeiten-Lade. Das ist auch eine Schande. Vielleicht sollte ich sie dir schicken jedes Mal dann. Also ich liebe ja die Zotter-Krammeln, muss ich an der Stelle einmal zugeben. Ich finde das ja ganz, ganz grandios. Also wirklich, meine Lieblingszotter-Schokoladen-Sorte ist aber tatsächlich das Salzkaramel. Also das darfst du mal nicht herstellen. Das wird relativ schnell Geschichte sein. Also da halte ich es mit der Frau Julia Zotter. Das ist nämlich ihre Lieblingskreation tatsächlich. Ah ja. Ja, hätten wir uns über das auch mal unterhalten. Wichtiges Thema auf jeden Fall. Regionaler Bezug. Süßigkeiten passen nämlich auch zu einem Film, über den ich ganz ein paar Worte verlieren möchte. Bevor wir das allerdings machen, würde ich vorschlagen, wir sprechen gemeinsam über einen Film, den wir, glaube ich, jetzt beide gesehen haben. Denn du hast mir geschrieben, du gehst ins Kino. Ja. Und war das der Fall? Leider nicht. Ich gehe erst morgen. Okay, du gehst erst morgen. Aber ich weiß, über welchen Film du meinst. Fein. Dann würde ich sagen, machen wir das dann einfach das nächste Mal. Es geht natürlich um The French Dispatch, den du ja morgen dann in dem Fall im Kino sehen wirst. Ein Film, wo ich schon auf deine Reaktion sehr, sehr gespannt bin, weil du ja angehender Journalist bist. Genau. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf den Film. Nicht, weil ich der riesen Reyes-Anderson-Fan bin, sondern auch auf irgendeinem Thema. Ich habe schon von sehr vielen Kritiken gehört, dass das eine Ode an den Journalismus sein soll. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Und was ich noch als kleinen Sneak-Pick angeben möchte, ich habe vorhin bis zu unserer nächsten Aufnahme viermal ins Kino zu gehen. Oh wow. Wow. Weil momentan, puh, das läuft wirklich auf momentan, das Angebot an Filmen. Erzähl mal. Es ist jetzt French Dispatch. Ja. Dann würde ich dann die letzte Gelegenheit zu The Last Duel wahrnehmen. Das ist nämlich am Dienstag dann der Fall, bevor der Film dann endgültig aus den österreichischen Kinos verschwindet. Last Night in Soho auf jeden Fall. Und der letzte ist mir gerade entfallen, aber es war noch einer. Okay. Das ist ambitioniert. Titan, war es vielleicht der? Titan, genau. Aber der ist ganz klar auf dem letzten Platz. Nicht, weil ich den jetzt sehen will, sondern weil ich glaube, dass wenn der dann auf Amazon oder Netflix oder whatever verfügbar ist, dass das nicht den großen Unterschied macht, ob ich den jetzt im Kino oder auf einer Streaming-Plattform sehe. Titan, ein Film, der für alle die, die mit dem jetzt überhaupt nichts anfangen können, heuer die Goldene Palme gewonnen hat, in Cannes. Genau. Und sehr experimentell daherkommt, was man so aus dem Inhalt herauslesen kann. Weirdo-Kino ist ja was, wo ich durchaus dabei bin. Same. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt auf diesen Film. Beneide dich gleichzeitig schon wieder, weil ich absolut kommen sehe, dass der in Kärnten nicht ankommt. Also. Du musst halt wieder nach Graz kommen. Ja, wieder einmal. Diesmal nicht ins Fußballstand, sondern ins Kino. Oh Gott. Aber es wird tatsächlich fast nichts anderes überbleiben, glaube ich. Weil Titan ist einer, auf den ich mich schon sehr freue, muss ich sagen. Ja. Weil, ey. Hast du Raw gesehen? Ja. Hab ich gesehen. Der muss ich noch nachholen und der will unbedingt noch schauen, bevor ich dann tanze. Hab ich gesehen. Hab ich echt gut gefunden. Also jetzt nicht die höchsten Höhen, wo ein anderer hingetan hat, aber ich hab dem was abgewinnen können. Ja. Cool. Für mich war der weird genug. Sagen wir es mal so. Der hatte so seine kleinen Schwächelen, Schwächeleinchen, aber der war fein. Also wirklich, wirklich cool gefunden. Tatsächlich. Sehr nice. Ich glaube, ich hab den damals, ich hätte ihm damals, laut meiner, ich glaube, ich hätte ihm 8 von 10 Punkte gegeben. Irgendwo dort. Okay. Ja, ist cool. Ja, ist echt cool. Ja, gut. Dann, also French Dispatch jetzt nicht. Dementsprechend starten wir doch gleich rein mit den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben, wo wir ganz kurz ein paar Worte darüber verlieren möchten. An der Stelle möchte ich gleich schon voraussagen, ich möchte nicht über meine Filme nicht zu viel preisgeben, weil wir morgen unser neues Update drehen, wo ich über gleich 4 Filme kurz sprechen werde. Dementsprechend so ein bisserl ganz überschlagsmäßige Gedanken. Bevor ich das mache, möchte ich dich fragen. Hast du in den letzten paar Tagen irgendetwas gesehen, worüber du sprechen möchtest? Ja, also ich habe nicht sehr viel gesehen, aber anlässlich zu Halloween habe ich es doch geschafft, mir zwei Horrorfilme anzuschauen, die doch in den letzten Jahren, einer ist schon sehr alt, ein Kultfilm, ich glaube, das wissen schon einige, welchen ich meine, und einer hat auch in den letzten Jahren doch, oder zumindest in dem Jahr, als er rausgekommen ist, für Furore gesorgt und die Meinungen sehr gespalten, nämlich The Cabin in the Woods. Den habe ich mir auf Netflix angeschaut. Hast du den gesehen? Ich habe ihn gesehen, damals im Kino. Wirklich? Aha, spannend. Ja, ich habe den damals im Kino gesehen und habe eine super Zeit gehabt mit dem Film. Echt? Ja, ich habe eine super, aber das könnte auch daran liegen, dass das eben im Kino war und dass die Stimmung im Kino richtig geil war. Sehr gut möglich, weil ich habe den nicht katastrophal, aber doch ziemlich schwach gefunden. Woran magst du das fest? Weil für mich war das halt Trash. Ich habe den als Trash-Film interpretiert, ja, ich habe dann nachher gelesen, der Film würde Trash-Film sein, der ist gewissermaßen ein bisschen eine Verhöhnung oder eine Satire dem Horror-Genre und generell diesem Teenie-Horror-Genre anliegend. Und halt, es ist ja von Klischees nur so überhäuft, die Handlung, wenn man ehrlich ist. Und der Film macht sich halt sozusagen kombiniert mit dem Horror, mit den Horror-Elementen, die auf jeden Fall da sind, gewissermaßen über halt diese Klischees eben lustig. Zumindest wieder das, sagen das viele, und das ist halt die Hauptmessage des Films. Bei mir ist die aber nicht so angekommen. Für mich war das einfach ein generischer Horror-Film, der am Ende völlig den Verstand verliert. Und gegruselt habe ich mich auch nicht wirklich. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube auch, wenn man genau so in den Film reingeht, man kriegt einen Horror-Film, schwer. Also das ist das wirklich nicht. Überhaupt nicht. Also die 92% auf Rotten Tomatoes sind für mich völlig unverständlich. Aber es ist nicht oft der Fall, dass sich meine Meinung so von den allgemeinen Kritikertums spaltet. Mit Cabin in the Woods hat es geschafft. Vielleicht beim zweiten We-Watch, wer weiß, wie es dann wird. Aber nein, war nicht so meins leider. Ja. Okay, fein. Ähnliches, oder ähnliches, keine Ahnung. Man kann die Filme überhaupt nicht so miteinander vergleichen. Wir haben ja kurz schon darüber geredet, über The Shining. Ja. Den habe ich jetzt endlich nachgeholt, den Kulthorror-Film von Stanley Kubrick mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Der meiner Meinung nach, also zumindest ist das die beste Performance, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Aber ich habe auch noch so viele Filme mit ihm gesehen. Und das sagt halt schon viel aus bei Jack Nicholson. Nur, keine Ahnung, The Shining ist natürlich ein inszenatorisches Meisterwerk, finde ich. Also schaut super aus, wahnsinnig coole Kameraeinstellungen, alles cool, alles super, tolle Atmosphäre, Spannungsaufbau, top. Nur ist der halt schon sehr drüber teilweise und halt unfassbar langatmig, vor allem am Anfang. Was vielleicht auch ein bisschen am Kubrick-Stil liegt. Weil Kubrick-Filme tendieren schon dazu, gewissermaßen sich ein bisschen Zeit zu lassen, sagen wir mal so, am Anfang. Die Untertreibung of the day. Das stimmt schon so. Hast du mal 2001 A Space Odyssey gesehen? Das ist noch so ein Film, den ich mir nicht traue, auf einem kleinen Fernseher anzuschauen. Also das war tatsächlich, und da werde ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel Prügel kassieren von Leuten. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil ich ja einer bin, der die Langsamkeit mag bei Filmen. Vielleicht sollte ich ihn noch einmal sehen. Das ist tatsächlich schon sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich kann mich erinnern, das war ungefähr vor sechs, sieben Jahren, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich habe gut geschlafen. Oh. Also anständig, gut. Der war wirklich... Ja, das habe ich schon vor einigen gehört. Ist halt ein Kultfilm, den ich natürlich nachholen muss und irgendwann auch werde. Aber jetzt einmal zu der Scheinung noch ein paar Worte. Ich möchte mich jetzt auch noch zu lange damit aufhalten, aber ich habe jetzt das Wichtigste eh schon gesagt. Das Finale ist, finde ich, top. Das dem würde ich sogar 10 von 10 geben. Also vor allem die Schlussszene. Ist schon gut. Die Schluss... Keine Ahnung. Der Schluss einfach, wie dann Jack Nicholson so tragen kommt, oder wo halt die, wie soll ich sagen, the fate of his... Also einfach der Schicksal seines Charakters dann offiziell wird. Das hat mich schon sehr kalt erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Nein. Also das hat super passt, aber bis zu dem Punkt, keine Ahnung, habe ich den Film nicht so gefühlt, aber ich kann ihm natürlich ein gewisses, eine gewisse künstlerische, ein gewisses künstlerisches Merkmal und das kann ich ihm alles lassen und anerkennen. Also insofern cooler, natürlich ein cooler Film, keine Frage. Und der verdient auch seinen Kultstatus, finde ich. Ja, also wenn man über Kultfilme spricht, dann muss man natürlich über The Shining sprechen, weil einfach auch die Entstehungsgeschichte dementsprechend faszinierend ist. Ja? Ja. Und ist halt Kubrick, glaube ich, gerne Apocalypse Now ausgenommen, ist auch ein Regisseur, der natürlich aus heutiger Sicht mit heutigen Sehgewohnheiten und mit dem, was man jetzt kennt vom Kino, einen schwierigen Stand hat. Weil es einfach diese Art zu erzählen und diese Art Filme zu machen, mittlerweile nichts Neues oder Revolutionäres mehr ist. Ja, nur Apocalypse Now ist nicht vor allem. Ah, Francis Ford Coppola, oh mein Gott. Mein Merkmal, ich wollte natürlich, ich wollte natürlich, nein, ich wollte natürlich Full Metal Jacket sagen, aber der ist auch nicht, wohl, ist der, der ist Kubrick, ja? Doch, doch, das ist Kubrick. Ja, genau, das, oh Gott, Apocalypse Now, wie komme ich drauf? Ja, siehst, wird lang. Ja. Okay, ähm, so, das ist halt, das ist halt einfach sowas, ähm, ich glaube, da, da tut man ihm ein bisschen, ja, da, da tut sich ein bisschen schwer, tatsächlich, mit, mit heutigen Sehgewohnheiten zwischendurch. Das ist ganz spezielle Art von Filmen machen. Ähm, hat aber wirkliche großartige, meiner Meinung nach, Filme zu verantworten, an ganz unterschätzten, möchte ich einfach nur droppen, weil mir der in der Diskussion immer zu kurz kommt, ähm, Eisweitschatz, Spektrum, Volker, Volker, der, der kommt mir in der, in der ganzen Diskussion immer sehr, sehr kurz. So, ähm, meine, mein Beitrag zu Last Scene, äh, der schränkt sich im Grunde auf zwei Filme. Der erste, den habe ich jetzt endlich nachgeholt, der, äh, war vor gar nicht so langer Zeit bei uns im Kino, habe ihn versäumt und habe ihn jetzt nachgeholt, On Demand, ähm, Candyman, Der Film von Nia Costa, 2021er Remake des Films von 1992, beziehungsweise nicht Remake, sondern eigentlich direkte Fortsetzung. Er ignoriert nämlich Teil 2 und Teil 3 komplett im Inhalt und schließt direkt an den ersten an. Macht einen Zeitsprung. Ähm, deswegen gleich vorweg, wenn man den Ursprungs Candyman nicht kennt, den sollte man definitiv gesehen haben. Sonst wird man relativ, hm, verwirrt, verwirrt. Da wirst recht schnell vor, vor, ziemlich verschlossenen Türen stehen, wenn du den ersten Film noch nie gesehen hast, weil da gibt es sehr, sehr viele Verweise, auch inhaltlich. Mhm. Du kriegst auf jeden Fall mehr raus. Ähm, Candyman erzählt, abgesehen davon, äh, recht, ja, interessante Story, finde ich. Er verlegt nämlich diesen, diesen Mythos in die Kunstwelt, was für sehr visuell, sehr ansprechende Bilder sorgt, weil man diesen ganzen Film eigentlich wie ein Kunstwerk verstehen sollte, meiner Meinung nach. Der ist inszenatorisch on point. Bin sehr gespannt, was Nia Lacoste aus ihrer Karriere macht. Der macht ja, äh, die macht ja, glaube ich, Captain Marvel 2. Ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, weil wäre nicht die erste visionäre Regiekraft, die Marvel verheizt. Ähm, abgesehen davon, von der inszenatorischen und schauspielerischen Leistung habe ich aber nicht so die Freude mit dem Film, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich finde ihn sehenswert, also er hat von mir, glaube ich, auch sechs von zehn gekriegt. Ich finde ihn sehenswert, aber ich finde ihn nicht weniger problematisch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich finde, Jordan Peele hat den produziert, ja, und das sollte eigentlich schon alle sagen. Er, man, man versetzt nämlich einen Slasher mit ganz, ganz viel Gesellschaftskritik und ganz viel Politik, also wirklich ganz, ganz viel. Sämtliche weiße Menschen in dem Film sind genau eins von drei Sorten. Entweder Kanonenfutter oder Volltrotteln oder umsonst. Da gibt's nichts dazwischen. Ähm, vor allem gegen Ende macht er, und das möchte ich nicht spoilern, aber er macht, oder man macht da einen, einen storytechnischen Kniff mit der Figur, den ich wirklich gefährlich finde. Das muss nicht sein. Und da, woran glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da übersensitiv, aber das finde ich absoluter Blödsinn. Möchte nicht mehr dazu sagen, macht sich ein eigenes Bild, aus inszenatorischer Sicht, aber absolut sehenswert. Ich finde den echt cool gemacht. Der ist echt fein. Aber bist du dann auch kein Get Out Fan? Doch, doch. Weil mir Get Out subtiler dahergekommen ist. Candyman packt den großen Holzhammer aus zum Schluss. Hui. Also am Ende ist Get Out gar nicht mehr subtil. Ja, aber der Aufbau ist gut. Der Aufbau ist gut. Und Candyman ist aber, also da ist am Anfang schon klar, in welche Richtung das geht. Sehr, sehr schnell. Also schon beim ersten Kill wird das ganz klar, wen das ansprechen soll. Und, ähm, nein, ist ja fein, kann man so machen. Nur hat halt für mich persönlich nicht funktioniert. Ich weiß, da bin ich in einer totalen Minderheit. Ähm, ich finde den aber trotzdem noch einmal sehenswert. Absolut. Cool. Also Candyman wurde jetzt auch nicht so frenetisch gefeiert von allen. Bei uns nicht. Also sehr durchschnittlich angekommen. Ja. Ähm, und jetzt der zweite Film. Ich habe, ach, ich habe dir eine Show-Notes an anderen geschickt. Ja. Aber ich möchte, ich habe gestern einen Film gesehen, über den ich doch zwei, drei Sätze ver... Ah, ich glaube, ich weiß welchen. Ja, verlieren möchte. Apple TV Plus hat sich nämlich einen Kino-Release gesichert. Der hätte eigentlich sollen bei uns, ich glaube, vor ein oder zwei Monaten ins Kino kommen. Ursprünglich. Den hat sich jetzt aber Apple TV Plus von Universal gekrallt. Es geht um Finch, den neuesten Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Muss ich auch noch schauen, ja. Und, äh, ich war sehr überrascht von dem Film. Also, anstrengend überrascht. Positiv. Absolut positiv überrascht. Weil ich dachte mir nach dem Trailer, ui, also, okay, ist alles nicht neu. Und dazu, auch noch dann Tom Hanks in der Hauptrolle, ist das vielleicht nur ein Vehikel für ihn. Und das Vehikel ist er zum Teil. Aber der erzählt nebenbei noch einem bisschen, nach einer anfangsholprigen 20 Minuten, kriegt er das tatsächlich gewuppt. dass ich zum Schluss wirklich mit feuchten Augen da gesessen bin. Der kriegt das hin. Er erzählt die Geschichte von einem Forscher, der sich einen Roboter baut, in einer, ja, fernen Zukunft, wo die Erde im Grunde unbewohnbar ist. Baut der sich einen Roboter mit dem einzigen Ziel, das sollte er einmal nicht mehr da sein, sich der Roboter um seinen Hund kümmern soll. Das ist die Prämisse. So. Und daraus entwickelt sich im Grunde ein Coming-of-Age-Road-Trip. Und der zwar formelhaft daherkommt zwischendurch, das heißt, ich kann das natürlich total verstehen, dass man dem sagt, naja, das hat man jetzt alles schon mal gesehen, weil es ist im Grunde E.T. und I am Legend gemixt. Trotzdem hat der zum Schluss eine Emotionalität mit im Gepäck, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Großes Lob an Apple. Ihr habt es wieder einmal wirkliches Händchen bewiesen. Echt cool. Ja. Also, weißt du eigentlich, ob Tom Hanks einen Deal mit Apple abgeschlossen hat, weil das war ja letztes Jahr schon Greyhound. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern es auf Tom Hanks' Schultern liegt, aber ich finde es echt bemerkenswert, dass Apple nicht auf die Quantität geht, sondern sich mit absoluter Zielsicherheit Projekte hinlegt, die auch recht gut auf einer Streaming-Plattform vermarktbar sind, finde ich. Weil mit dem Film kannst du jetzt tatsächlich hausieren. Gut, aber welchen Film haben sie sonst noch rausgebracht, der jetzt gut angekommen ist? Eben, siehst du, man hat den Sundance-Gewinner geholt, man hat sich mit Coda eingereckt, man hat Wolfwalkers geholt, man hat es heuer schon mal mit Palmer probiert. Ja, ich finde, man geht da einen eindeutigen Weg im Moment. Und das hebt sich zumindest ein Stück weit ab. Ja, kurzer Shoutout. Sie haben vor allem auch im Serienbereich sehr gute Produktionen. Zeitlassung. Ja, genau. Auch eine Serie, die an mir noch vorbeigegangen ist. Den muss ich mal definitiv noch anschauen. Ich verstehe nicht, wie du, von allen Leuten, ausgerechnet du, den noch nicht schauen konntest. Vor allem ist es eine Comedy-Serie, die eine Folge nicht eine Stunde dauert, sondern nur eine halbe. Ja, ich weiß. Für den kannst du wirklich einmal Zeit, weil kaum hast du die ersten drei Folgen geschaut, bist du hooked und wirst sie, wie David Hain, der sich letztens im Podcast geoutet hat, sozusagen. Also, dem Stück fertig schon. Vor allem du. Vor allem du. Das Thema, die halt auch sehr anspricht, glaube ich. Ja, Fußball. Sollte definitiv. Bin ich sehr gespannt. Aber auf jeden Fall, Finch, hätte auf die große Leinwand gehört, bin ich sehr traurig darüber, dass das nicht passiert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Apple zumindest einmal daran denken könnte, ob man nicht im Sinne einer Darstellergeschichte wieder einmal ein bisschen ins Award-Rennen einsteigt. Kann ich mir gut vorstellen. Mit dem Film jetzt? Oder genau? Mit Hanks? Oha. Der ist super in dem Film. Das glaube ich sofort, aber der wird halt überhaupt nicht gehandelt. Na, null. Überhaupt nicht. Aber das liegt halt daran, dass die Academy keinen Bock mehr drauf hat. Tom Hanks wird dort nominieren. Leider. Ja. Leider. Aber der ist echt gut in dem Film. Boah, der ist wirklich gut. Ja, der ist immer gut. So. Ja. Ähm. Passt. Das wollte ich unbedingt da lassen. Die restlichen dann bitte im Update nachzuhören. Und für heute haben wir uns gedacht, wir gehen einfach einmal ein bisschen in die konspirative Geschichte hinein. Etwas, wovon ich an sich nicht so viel halte. Aber ich finde durchaus zwischendurch einmal spannend, darüber ein bisschen zu philosophieren. Trailer in Filmen oder bei Filmen oder von Filmen, die irgendwann mal starten, in der näheren oder ferneren Zukunft zu analysieren, finde ich immer nämlich ein bisschen problematisch. Weil die Art und Weise, wie Trailer produziert werden, geschnitten werden, vertont werden, gemacht werden, hat meistens mit dem finalen Film recht wenig zu tun. Da sitzen ganz andere Leute dabei und meistens ist ein großes Marketinggedöns dahinter. Trotzdem habe ich mir gedacht, wir nehmen uns einmal fünf Trailer her, die in den letzten Wochen, Tagen ein bisschen durch die Decke gegangen sind und sprechen einmal drüber, was wollen die uns sagen? Haben sie ihr Ziel erreicht? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? So. Und die wird vorschlagen, wir starten mit The Big One. Willst du gleich einmal mit dem... Okay. Ja. Ich möchte gerne mit The Batman starten, weil der ist der älteste. Der ist passiert, ich glaube, vor ungefähr vier Wochen. Wenn ich richtig mich erinnern kann. Und der ist ja schön durch die Decke gegangen, weil du hast dir lange gewährt, diesen Trailer anzuschauen, muss man dazu sagen. Du hast mich quasi gezwungen mit dem Thema, ja. Ja. Ich habe dich jetzt dazu verdonnert. Dementsprechend bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung. Ja. Der Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, den man jetzt das erste Mal wirklich sieht, als dunkler Ritter. Im Trailer ist es auch bemerkenswert wenig Bruce Wayne zu sehen, sondern wirklich anständig viel Batman. Ja. Und zwar, also auf der einen Seite viel Batman, auf der anderen Seite wenig Batman, weil man sieht recht wenig aufgrund der Düsteres, die da herrscht. Wie hat dir der Trailer gefallen? Bombastisch. Also du hast wirklich jede, jegliche Lorbeeren, die du da ausgeschüttet hast in unserem Vorgespräch, sind dem gerecht geworden, finde ich. Also vor allem vom Anfang und auch von der Schlusssequenz bin ich absolut beeindruckt und blown away gewesen. Vor allem vom Schlussshot sozusagen, wo man ja ein Auto sieht, das Kopf über dem Boden liegt. Was für ein Shot. Und dann kommt der Batman so quasi eigentlich aus dem Feuer heraus und nähert sich an. Das ist Gänsehaut. Was für ein Shot. Und wie du schon gesagt hast, sehr wenig Bruce Wayne. Eigentlich gibt es nur, glaube ich, genau zwei Sekunden, wo Robert Pattinson als Bruce Wayne zu sehen ist. Nämlich steht er da kurz herum und schaut halt in die Ferne. Sonst ist er eigentlich nur im Kostüm. Und das habe ich noch gar nicht genug deklariert, glaube ich, bis jetzt, weil ich habe immer nur mir an Marvel ausgelassen und dass ich kein großer Superhelden-Film-Fan bin. Dabei kann ich vor allem Batman sehr viel abgewinnen. Ich bin ein großer, aber ich bin schon ein DC-Fan auf jeden Fall. Also deutlich mehr als Marvel. Same. Und auch von Spider-Man. Aber das ist nur so nebenbei erwähnt. Den Trailer hätte man eigentlich auch noch rauspicken können, weil der ist durch die Decke gegangen. Ja, das ist richtig. Wenn der Batman durch die Decke gegangen ist, dann ist Spider, der vom neuen Spider-Man, also der hat ja, glaube ich, sogar ein paar Rekorde pulverisiert. Ja, der hat das dann ja nicht gesprengt. Ja, soviel dazu. Na, also bin absolut hyped. Ich glaube, momentan ist das vielleicht sogar der Film, auf den ich mich für 2022 am meisten freue. Ich habe ja noch ein bisschen Recherche betrieben, auch im Hintergrund. Denn es ist ja tatsächlich zwei Tage nach diesem Trailer auch die offizielle Laufzeit gedroppt seitens des Verleihs. Drei Stunden. Was? Drei Stunden. Es wird eine Detective Story werden. Also erwartet es keinen Superhelden-Bombast, sondern eine hausgemachte Film-Noir-Detective-Story. Und das nimmt ja der Trailer schon vorweg mit drei Bösewichten. Fast. Ja, weil Catwoman als Bösewicht ist immer schwierig. Ja. Aber der Pinguin und der Riddler. Ja. Beide drinnen. Einer verkörpert von Colin Farrell, den ich nicht erkannt habe in dem Trailer. Also da ist das tatsächlich... Unmäßig. Was? Und Paul Dano hört man nur. Den sieht man noch nicht. Bin ich sehr gespannt, wie der ausschaut. Ähm... Ja. Die Frage ist für mich wirklich drei Stunden. Wow. Ambitioniert. Ja, das... Ich hoffe, das tut ein Film im Endeffekt nicht weh, weil das ist öfter als Night's Erfolg gewesen in den letzten Jahren, vor allem bei Superhelden-Filmen. Ja. Nur... Ja. Also ich glaube, The Batman, zumindest von den drei Minuten... Von zweieinhalb-minütigen Trailer habe ich den Eindruck gewonnen, dass es jetzt endlich einmal nicht Kindergeburtstag wird, sondern wieder ein cooler, erwachsener Superhelden-slash-Action-Film. Oder Detektik-Film. Action-Night-Night-Lies-Action. Ich hoffe natürlich auf ein entsprechendes Rating. Das ist natürlich noch nicht verfügbar, wie ich den auch. Den hat noch keiner gesehen. Klar. Ähm... Jetzt gehen natürlich auch im Internet die wildesten Theorien los, aufgrund der Machart dieses Trailers und aufgrund der visuellen Eindrücke. Da haben sich ja doch relativ viele an einen Film erinnert gefühlt, der 2019 für richtig großes Vorrohrer gesagt hat. Aus dem Universum. Wo jetzt sehr viele Menschen glauben, naja, aber könnte das denn nicht sein, dass man da vielleicht noch einmal schon Reunion macht und so. Weil vom Alter her wird es passen. Pattinson gegen Phoenix geht. Ja. Also der Trailer legt von der Tonalität die Rutsche. Das ist sehr ähnlich. Ich hätte Bock drauf. Ja, same here. Unbedingt. Unbedingt. Also das wäre Hammer. Schauen wir mal, wie der wird. Auf jeden Fall ein Trailer, der mich anständig geflasht hat. Muss ich wirklich sagen. Der Soundtrack ist ein Hammer. Also... Ja. Ja. Sehr electrifying. Auf jeden Fall. Also bin hyped. Absolut hyped. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den zweiten Trailer. Wir gehen gleich weiter, würde ich sagen. Oder? Hast du noch irgendwas zu The Batman zu sagen? Nein. Also wir haben den jetzt beide mit ganz vielen Lorbeeren überschüttet. Ich glaube, viel mehr braucht es jetzt auch nicht. Das passt. Wir gehen weiter zum Trailer, den ich, ähm, ich glaube, letzte Woche ist der gedroppt, gesehen habe und einfach nur mal eine kurze Einschätzung wollte von dir, weil ist halt so ein typisches Drama, das jetzt dann irgendwann rauskommt. Passenderweise genau in die Awards-Season fällt. Oh, welche Überraschung. George Clooney am Regiestuhl. Ja. Ben Affleck in der Hauptrolle, The Tender Bar. Mhm. Ein Film, von dem ich bis letzte Woche noch nichts gewusst habe. Mhm. Und, ähm, der Trailer hat mich so halb erwischt, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Sagen wir es so, ich habe schon Lust, mir den Film anzuschauen. Ja. Allein wegen, keine Ahnung, ich glaube, das, Ben Affleck ist momentan an einem guten Run, weil der hat in, wie hat der Verkasten der Film, The Way Back. The Way Back, ja. Hat der eine ausgereife Performance abgeliefert, dann war er in The Last Yule ein Standout und jetzt in der Tender Bar wird der ja auch wieder für Awards-Contention gehandelt. Ähm. Ich bin sehr gespannt. Und, ja, ich finde, also, überrascht mich, dass der jetzt plötzlich wieder so eine Renaissance erlebt, ähm, weil der war ja schon ziemlich am Boden. Mhm. Und, ja, keine Ahnung, ich bin immer sehr skeptisch, wenn es zu Ben Affleck kommt. Ich bin der größte Fan von seinem Spiel und alles und auch von ihm als Menschen nicht, aber das ist völlig irrelevant jetzt. Für mich verrät er The Tender Bar, er macht The Tender Bar, der Trailer macht altbekannte Fehler, den viele Trailer in den letzten Jahren gemacht haben, nämlich verrät er alles. Ja. Er verrät alles über den Inhalt, er verrät alles, wie der Film ablaufen wird, dass er halt gewisse, eine gewisse Chronologie an den Tag legt. Äh, junger Bub, der von seinem Papa, von seinem Papa missachtet wird, kommt zum lieben Onkel, der ihm halt neue Lebensenergie und Motivation für die Zukunft gibt. Und dann plötzlich ist er ein erwachsener Mann, wird an einer der prestigereichsten Universitäten der Welt, ähm, aufgenommen und, ähm, erlebt seine erste Liebesaffäre, etc. sofort. Und halt immer ist die Beziehung mit dem Vater und mit dem Onkel sozusagen, äh, ein Gegenpol oder so Antithesen zueinander. Hat man jetzt auch schon öfter gesehen in letzter Zeit. Ähm, ich glaube nicht, dass der Film Bäume ausreißen wird, ähm, aber scheint ja lieber Film zu sein, deswegen hab ich schon, äh, solche Familiendramen, für die hab ich ja ein bisschen einen Softspot. Same hier. Also ich kann mich, äh, tatsächlich noch, äh, an einen Trailer erinnern aus dem Segment von, aus den letzten paar Jahren, der das meiner Meinung nach sehr geschickt gemacht hat. Das war der erste Trailer zu einem Film, der hat heißen Ben is back. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast oder irgendwie im Hinterkopf hast. Ähm, Julia Roberts in der Hauptrolle. Okay. Und, ähm, ähm, wie heißt er? Bei Lady Bird hat er die Hauptrolle gespielt. Ah, Lucas Hedges. Lucas Hedges, danke, genau. Lucas Hedges als, äh, ja, Sohn mit, als verlorener Sohn mit einer schweren Drogen-Thematik, ja. Und der erste Trailer hat zu dem Film genau aus einer Einstellung bestanden, die relativ am Anfang des Films besteht, also stattfindet. Es war tatsächlich, der Trailer war diese Zwei-Minuten-Sequenz. Der hat null verraten von dem Film. Da war ich total hooked. Der Film war dann so, ne. Aber, ähm, der hat das richtig schick gemacht und ich bin total bei dir. Der Center Bar ist halt genau so, was man halt so erwartet. Also, ist jetzt nichts, was ich sage. Aber unbedingt muss ich den jetzt sofort sehen, bitte. Schauen wir. Schauen wir. Ja, ich bin ja vor allem auf Ben Affleck gespannt, weil das soll wirklich wieder eine coole Geschichte sein für ihn. Auf jeden Fall. Und George als Regisseur, keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht so viel Gutes über ihn gehört und gesehen, aber. Ja, ja. Weil Midnight Sky war ja ein ziemlicher Flop. Ja, das war ein anständiger Kröte. Ja. Aber der hat auch schon, der hat schon ganz gute Sachen auch gemacht. Aber er ist ein bisschen Hit and Miss, was das angeht, finde ich persönlich. Ähm, bist du Gamer? Teilweise. Mhm. Ja. Auf welchem Gerät? Playstation 4. Sehr schön. Also, dann hat dich wahrscheinlich der Trailer oder das erste Bewegtbild zum folgenden Film, über den wir ganz kurz sprechen möchten, sicher auch, äh, ja, interessiert. So viel würde ich jetzt mal vermuten. Denn, ähm, es ist ein großes Thema bei uns gewesen schon. Auch bei einem Watchmen schon, weil es war schon so ein bisschen Meme-Potenzial, weil der Film zieht sich ja schon über mehrere Jahre in der Produktion. Und jetzt endlich sieht man das erste Bewegtbild. Uncharted. Die Verfilmung zum riesen Videospiel-Hit hat jetzt endlich einen Trailer spendiert bekommen. Und ich bin ja auch ein riesen Gamer und dementsprechend natürlich auch so ein kleiner Fan von der Uncharted. Auch wenn ich weiß, das ist spielbarer Film, vollkommen klar, gell, aus Videospiel. Trotzdem habe ich alle vier Spiele nicht nur einmal gezeigt. War sehr gespannt und bin sehr ungläubig vor dem Gerät gesessen, wie der Trailer gedroppt ist, weil ich sehr nüchtern war. Also, puh. Ich verstehe nicht, warum. Weil, ich habe lachen müssen, als du gesagt hast, die sich ja interessiert. Thematisch ja, vielleicht. Aber ich habe, also ich habe Uncharted auf YouTube eingegeben. Oh, wie gescrollt. Dann gesehen, 11 Millionen Aufrufe. Oha, scheint viele zu interessieren. Okay, ja, Videospielverfilmung. Logo. Aber wenn die meisten Video- oder 90% der Videospielverfilmungen halt crap sind. Und dann habe ich Mark Wahlberg und Tom Holland im Thumbnail gesehen und mich bewusst dagegen entschieden, mich diesen Trailer anzuschauen. Ja, das stimmt. Also, Wahlberg ist... Weil, das sind zwar, das sind zwar meiner absoluten Hass-Show-Spieler. Ja, komplett Miss Caster. Also, wenn man das Spiel sieht, das ist, also, hat nichts damit zu tun. Also, jetzt möchte ich doch jetzt nicht zu tief in die Materie hineinschnuppern. Aber Nathaniel Drake hat, also, na, das ist niemals Tom Holland. Also, überhaupt nicht. Und Sully, der Sully ist in den Videospielen ein älterer Mann mit Schnaupe und kleinem Wohlstandsbäuchlein, der gern Zigarren raucht. Und das, hä, Wahlberg? Na? Also, ich hätte sehr viel besser damit leben können, wenn Wahlberg die Hauptrolle gespielt hätte in dem Film. Tatsächlich. Als Drake. Ich glaube, das hätte besser gepasst. Ähm, abgesehen davon, ob man jetzt, wie man die Besetzung findet, weil das kann dann nur der finale Film erzählen, ob das passt oder nicht oder ob das zusammenkommt. Abgesehen davon allerdings, finde ich, ist bemerkenswert, wie wenig Abenteuerlust in mir der Trailer so weckt. Also, es schaut alles echt billig aus. Ähm. Man braucht kein großer Hellseher sein, um vorauszusagen, dass der Film wahrscheinlich eher nicht so gut sein wird. Ich hab, ich hab sehr große Angst vor einem Riesenflop. Wirklich. Weil, äh, die, die, die Geschichte Uncharted hat nämlich einen guten Film in sich. Grundsätzlich. Das ist kein blödes Ausgangsmaterial. Wie beispielsweise auch der vierte Teil der Videospielreihe eindrucksvoll gezeigt hat, dass du da richtig coole und ernsthafte Story erzählen könntest. Wundum das. Aber das ist es halt absolut nicht. Also, ich hab, ich hab wirklich, ich hab zuerst mir den Uncharted-Trailer angeschaut und dann den Trailer zu Red Notice und wusste zum Schluss, näher mal, weil ein Film welcher war. Das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Ja. Das sagt schon sehr viel aus. Ja. Red Notice, ein Film, äh, wo wir sicher in der nächsten Folge drüber reden werden, weil der droppt nächste Woche. Und die Reviews sind unterirdisch. Ähm, told you so an der Stelle. Ja, aber bei solchen Filmen, das überrascht mich halt auch überhaupt nicht. Nein, das war, es ist in der Zeitung gestanden. Also, da, das ist nämlich zum Beispiel, ganz kurzer Schwenk, du hast gesagt, ähm, Holland und Wahlberg, deine Hate-Actors, gell? Ja, absolut. Also, vor allem Tom Holland. Ich weiß nicht. Er ist sicher ein cooler Typ in real life und alles. Ich hab ja schon Interviews mit ihm gesehen. Mütlich, alles gut, aber als Schauspieler, oh mein Gott, ich find, der ist ja full katastrophen. Der ist ja kein guter Spider-Man. I'm sorry. Ist nicht so, ist nicht so deiner, gell? Nein, überhaupt nicht. Ist nicht so deiner. Überhaupt nicht. Spannend. Holland sollte nämlich, ist nämlich eigentlich jetzt in einem Alter, wo er schön langsam auch zeigen sollte, in welche Richtung das geht bei ihm. Also, wird er der Blockbuster-Dude bleiben? Oder fangt er jetzt mal an mit den interessanten Projekten? Mit The Devil All The Time hat das mal gezeigt, dass grundsätzlich nicht so wenig in ihm steckt, wenn man ihn lässt. Ja, der Hot-App, aber auch Robert Pattinson die Show gestohlen. Also, das ist richtig. Er kann halt, er schafft es nicht, herauszustechen. Das ist richtig. Also, alleine einen Film tragen kann er definitiv noch nicht. Ja. Aber er bräucht halt auch mal interessante Projekte. Und das kriegt er noch nicht hin. Du kannst mir nicht erzählen, dass Cherry zum Beispiel kein interessantes Projekt war. Von dem Film hat man sehr viel versprochen. Ja, aber mit Cherry habe ich auch inszenatorisch ganz, ganz riesige Projekte gehabt. Ja, klar. Aber Russo Brothers, Tom Holland, der Hauptrolle, Kriegsthema. Da war alles da. Ja. Apple TV Plus. Das ist für mich übrigens ein Contender, wenn es dann gegen Ende geht. A Greatest Disappointment. Könnten wir über Cherry reden an der Stelle. Goldene Himbeere. Das war eine Kröte. Bist du, Deppert. Nein, aber abgesehen jetzt davon, du hast gesagt, Wahlberg und Holland gehen gar nicht. Kurzer Ausflug. Bei mir war es bei Red Notice dann so, dass ich mir gedacht habe... Reynolds und The Rock. Nein, ich mag den Ryan Reynolds, gell. Also, wer mag ich nicht? Aber, ey, Dwayne The Rock Johnson macht halt wieder die Augenbraue. Und sorry to say, aber Gal Gadot schaut gut aus. Aber bitte hör auf zum Schauspielern. Echt, wa. Ich kann die nicht mehr sagen. Nein, nein, schon Wonder Woman der Erste. Ich finde, ich kann schauspielerisch einfach nicht mithalten in der obersten Liga. Sie ist lieb und fesch und... Aber... Ei, 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 ei. Also, da habe ich mich... Aber das ist... Ich habe jetzt gehört, sie spielt die böse Königin bei Schneewittchen. Ist das nicht schön? Wer spielt denn Schneewittchen? Ja, ich habe große Kontroverse. Auf jeden Fall bei mir persönlich, weil... Aber da gehen wir jetzt wieder ins Politikum. Ich finde, das ist nicht so spannend. Schneewittchen ist wirklich auch so eine Verfilmung. Da möchte ich... Je weniger, das ich darüber höre, desto besser für mich, weil... Dann lassen wir es lieber stehen und gehen weiter zum nächsten Trailer. Genau. Wo wir schon bei Disney wären. Was für eine schöne Überleitung jetzt. Top. Pixar hat aus dem Nix einen Trailer gebastelt. Der war wirklich aus heiterem Himmel. Ja, und ein Konzept vorgestellt, wo ich echt lange gebraucht habe, bis ich den verstanden habe. Lightyear. Also offensichtlich bekommt die Figur aus Toy Story 1-4 ein Prequel. Ja. Ist es schon... Ist es ein Prequel? Da war ich mir nicht sicher. Ist es eine Vorgeschichte? Ich denke, weil er schaut sehr jung aus. Also... Hm. Und jetzt hätte ich ganz gern gewusst von dir, A, braucht man das? Und B, was macht das mit dir? Nein, es braucht es nicht. Ich bin ja ein riesen Toy Story Fan. Ich mag alle. Ich mag 1, 2, 3 und auch 4. Die haben alle ein gewisses... Die sind alle einfach so anders auf ihre eigene Art und Weise. Und auch wenn ich mir beim Vierer am Anfang gedacht habe, warum jetzt noch einer nach 10 Jahren. Aber der hat bei mir funktioniert. Der war fantastisch, finde ich. Aber ich war immer... Buzz Lightyear, ja, für viele die ikonische Nebenrolle im Toy Story Franchise sozusagen. Aber ich war immer mehr der Woody-Fan. Ich war auch ein Fan von ihrer Freundschaft, aber ich war nie so der, der sich an die große Fangemeinde von Buzz Lightyear angeschlossen hat. Ja, im ersten war er noch ganz fein und dann ab dem zweiten wird seine Figur irgendwie immer eindimensionaler und uninteressanter. Ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter ist natürlich auch genauso ikonisch. Und das hört man in jedem Film auch zwei bis drei Mal. Irgendwann geht es auch auf die Nerven. Das mag am Anfang noch ganz witzig sein. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Lightyear sich genau an diesem ikonischen Spruch viel zu sehr aufhängt. Ich verstehe es, dass man nach den vier Filmen, weil es soll ja auch keine fünfte mehr kommen, glaube ich, dass man sich nach den vier Filmen dazu entscheidet, Sequels und Prequels zu den verschiedenen Figuren zu machen. Und es ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass Buzz Lightyear halt der erste ist. Weil was willst du, wo die großartige erzählen? Natürlich. Keine Ahnung. Ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, einfach wegen meiner Toy Story Vergangenheit und weil ich das Franchise einfach liebe. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er was mit mir macht, auf jeden Fall. Der Trailer hat es nicht geschaut. Also ich muss sagen, da waren einige Einstellungen dabei, die aus animationstechnischer Sicht beeindruckend sind. Also wirklich ein Hammer. Aber ich sag's dir, ich erwarte mir mittlerweile auch nichts mehr anderes. Das ist richtig, aber das waren teilweise fotorealistische Aufnahmen. Also wie das Space Shuttle abhebt, diese Rauchanimation, das ist flawless gewesen. Also das war unglaublich. Abgesehen davon, halte ich null und gar nichts von dem Video, muss ich wirklich sagen. Ich meine, Buzz Lightyear, so wie du sagst, das Interessante aus seinem Charakter ergibt sich im ersten Teil daraus, dass er eine Spielzeugfigur ist. Und nicht was, dass er eine Spielzeugfigur ist. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was die aus dem Charakter machen. Vielleicht hat er dann mit dem echten Buzz Lightyear aus dem Toy Story auch gar nichts zu tun. Das könnte ja auch sein. Dass das im Grunde, die Spielzeugfigur nach diesem Charakter dann modelliert wird. Kann ich durchaus, dann bin ich fein damit. Ich bin aber gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, aber skeptisch. Generell bin ich gespannt, wie sie mit Toy Story weitermachen. Weil das wird sicher nicht das letzte, das einzige Prequel bleiben. Also nach dem Erfolgslauf, den das Franchise hingelegt hat, schwer vorstellbar. Vollkommen richtig. Ich schau mal, ich lasse das auf mich zukommen. Bis jetzt hat es mich noch nie enttäuscht. Vielleicht ein Leitwinkel. Wer weiß. Jo, schauen wir mal. Wo wir doch bei Disney wären, gehen wir doch gleich zum letzten, über den wir ganz kurz sprechen wollen. Ein Trailer, auf den ich mich sehr gefreut habe. Weil ich auch das Konzept irgendwie interessant finde und das definitiv sehen will. Encanto. Der neue Disney, glaube ich. Das ist die Disney Animation, gell? Yes, genau. Ihr habt mir auch glaubt, bis kurz vor der Folge, dass das Pixar ist. Encanto ist von den Machern von Tangled, also Rapunzel neu verföhnt und Zootopia. Zootopia, ja. Der neue, war das absolut fantastische Filme. Dementsprechend darf man durchaus gespannt sein. Und die ersten Reaktionen sind ja auch nicht so blöd. Ja. Sprechen wir mal kurz über den Trailer. Gerne. Magst du einmal anfangen? Die Farbenfrohheit in zweieinhalb Minuten. Man geht da offensichtlich wieder tief in die Folklore, wie man es auch schon bei Coco versucht hat. Irgendwie. Auch wenn es auch in der Studio ist, aber trotzdem. Was ich immer sehr interessant finde, ist dann eher weniger die Kultur per se, sondern was man aus der Kultur macht. Und aus dem, was einem das so hergibt und herlegt. Und in dem Fall geht man eindeutig in eine sehr magische Richtung, fast ein bisschen märchenhaft. Anscheinend spielt die Musik eine große Rolle auch in diesem Film, so wie ich das verstanden habe, in der Herangehensweise. Da hast du mich natürlich schon von Haus aus, weil ein gutes Musical ist einfach was, was ich auf-iss wäre wie ein Wiener Schnitzel, wenn es gut ist. Dementsprechend hat mich der schon nicht so blöd erwischt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, der hat mich schon geguckt. Also ich möchte ihn definitiv sehen. Same. Also ich will es nicht zugeben und ich will es mir auch nicht eingestehen direkt danach, weil ich viele negative Gedanken währenddessen hatte. Weil ich bin ja auch, ich glaube das haben wir auch schon oft besprochen, ich bin ein großer Disney und Pixar Fan und generell von animierten Filmen. Kommen sehr viele in meinen absoluten Lieblingsfilmen vor. Ihr könnt ja zurück zu der Folge gehen, wo ich sie vorstelle. Ja. Auf Encanto freue ich mich, weil er mir einfach ein sehr gutes Gefühl gibt und ich glaube, dass ich nach den eineinhalb bis zwei Stunden, die der Film vielleicht dauert, ich weiß nicht wie lange er ist, genau dieses Gefühl auch da heraus transportieren werde. Weil es halt wieder so eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Es wirkt wieder wie ein etwas kindlicherer Animationsfilm. Also es ist kein Soul. Es ist auch Disney. Also Disney ist jetzt unbedingt bekannt dafür, erwachsene Animationsfilme zu machen. Aber irgendwie was, also mir ist sofort das Auge gestochen, es ist ein bisschen, es wirkt wie ein Cocoa-Abklatsch. Gewissermaßen. Hat Ähnlichkeiten, ja auf jeden Fall. Und damit habe ich irgendwie, davor habe ich ein bisschen Angst, dass sie sich zu sehr damit, dass sie sich zu sehr ähneln. Aber ich bin, ich kann mir vorstellen, dass es halt überhaupt keine Ähnlichkeiten gibt. Nur halt die ganzen, weißt du, Latina, Latina beziehungsweise Südamerika Ähnlichkeiten, etc. Sofort, weißt du, was ich meine. Natürlich, natürlich. Aber nein, auf generell, also auf die Geschichte bin ich gespannt. Ich bin immer offen für so ein kindliches Erlebnis. Ich bin ja ein Frozen-Fan, wie du weißt. Ja, vollkommen fein. An der Stelle möchte ich noch eine Lanze brechen. Ich finde ja die Hauptperson schon jetzt echt knuddelig. Also das Design der Figur ist richtig cool. Also muss ich wirklich sagen, die haben es wieder einmal, da ist schon wieder ein in den Startlöchern, über den wir viel reden werden, glaube ich. Gut möglich, ja. Also mit der Brille und der ist ja wirklich, also echt knuddelig. Also das kann Disney. Ja, aber der Film wird halt auch kein Film sein, vor allem was Charakterstudie betrifft, der jetzt irgendwie sich neu erfindet oder das Genre neu revolutioniert. Muss auch gar nicht. Also ich erwarte mir ein visuelles Spektakel, das muss ich an der Stelle sagen, weil das bin ich von Disney mittlerweile gewöhnt. Auch im Animationsbereich, das richtig gut ausschaut. Und ich erwarte mir genau das, was du gesagt hast, einfach eine gute Zeit und dass ich nach den zwei Stunden rausgehe und mir denke, ey, wow. Ja. Mir wird gerade ganz warm ums Herz. Das will ich haben. Weißt du, ob der im Kino startet oder auf Disney Plus? Der kriegt einen Kino-Release. Okay, cool. Der kriegt einen Kino-Release. Und das finde ich voll fein. Habe an der Stelle, nur einmal ganz kurz um die Diskussion vom letzten Mal, ein ganz bisschen auszugreifen. Kein Problem, wenn diesmal große Animationspreise nicht alle noch ins Hause Disney flattern, weil ich finde, gerade hier waren einige recht coole Projekte dabei, die nicht von Disney stammen. Und eins kommt nur auf dich zu, das ich schon gesehen habe. Eins kommt noch auf mich zu. Und auf das bin ich schon sehr gespannt. Ich habe auch gerade vor zwei Tagen noch auf Netflix einen ganz, ganz tollen Trailer gesehen zu einem französischen Animationsfilm. Den werde ich dann noch durchschicken. Ich habe nämlich jetzt leider vergessen, wie der heißt. Ein Konzept, das ich so noch nie gesehen habe. Voll cool. Und ich habe einen großen Sleeper für die Horror-Season, wenn es um die Animationsfilme geht. Ja. The Mitchells vs. The Machines. Das ist mein großer Sleeper, weil ich habe keinen Film heuer gesehen, der mich so beständig zum Lachen gebracht hat wie der. Ja. Das ist so einer, mit dem ich fein leben könnte, wenn der da zum Schluss rausgeht und alles klar. Wird er nicht, weil Disney Academy und Pixar und Disney. Ich weiß, ich habe den Glauben auch schon aufgegeben. Aber ich natürlich, du weißt, du kennst meine Meinung, du hast den Film noch nicht gesehen, aber Flea wird in drei Kategorien abräumen. Das wäre mein Wunsch. Da bin ich sehr gespannt auf den Film, ja. Schauen wir mal, ob der jemals den Weg nach Österreich schaffen wird oder bewältigen wird. Wir kriegen den irgendwie. Spätestens nach den Oscars. Irgendwie kriegen wir den. Ja. So, und jetzt haben wir uns noch gedacht, wir machen noch so, dieses Mal sogar zwei kleine Rankings. Wir haben die Zeit dafür. Ich habe nämlich gesehen, diese Woche haben wir im Kino etwas ganz Spezielles vor uns. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Steiermark auch passiert. Bei uns in Kärnten auf jeden Fall schon. Ich glaube, Cineplex generell in Österreich. Zeigt das erste Mal eine 3D-Fassung von einem ganz großen Klassiker für viele aus der Kindheit beziehungsweise Jugend, nämlich dem ersten Harry Potter. Harry Potter und der Stein der Weisen wird das erste Mal in einer langen 3D-Version zu sehen sein in den Kinos. Frage Nummer 1, interessiert dich das? Und Frage Nummer 2, könntest du dir vorstellen, dass du das anschauen gehst? Ich weiß, ich bin jetzt nicht so gut informiert, was die Situation in Österreich betrifft. Ich weiß nur, dass er in Weiz spielt, beziehungsweise, warum auch immer. Aber ja, es würde mich durchaus ansprechen, weil natürlich war Harry Potter auch wie bei vielen anderen auch Teil meiner Kindheit. Meine ganze Familie, sogar meine Mutter ist Harry Potter für eine Nacht. Deswegen, ja, würde mich schon interessieren, auch wenn ich natürlich 3D-Skeptiker bin. Mhm, ja. Also, ich würde meinen Film halt auch lieber in 2D anschauen, wenn er im Kino läuft, aber ja. Da bin ich nämlich total bei dir. Wenn sie jetzt gesagt hätten, sie machen nochmal einen Rerun auf zwei Tage aufgeteilt, dann wäre ich definitiv dabei. In 2D. So, naja, weiß ich. Mal schauen, mal schauen. Aber, hey, der verkauft sich super. Muss ich echt sagen, ich habe heute gerade reingeschaut in die Buchungsplattform. Der Saal ist schon recht gut voll in den Fählach. Gar nicht schlecht. Ticketpreis, glaube ich, 12,50. Das ist fair. Das geht. Für ein 3D ist das voll fein. Jetzt habe ich mir natürlich anhand dessen die Frage gestellt. Da hätte ich gerne mal so ein bisschen deine Einschätzungen. Reruns von Klassikern im Kino ist ja eigentlich jedes Jahr ein Thema. Vor allem zu den Feiertagen und besonderen Jubiläen von gewissen Filmen. Gibt es Filme, von denen du sagst, wenn ich da die Gelegenheit hätte, den einmal so in einem richtig großen Saal zu sehen. Gerne auch mit Publikum. Welche wären denn das so für die? Ich habe mich auf drei festgelegt und ich habe ein sehr gutes Gefühl bei den dreien, muss ich sagen. Vor allem beim ersten. Der erste wird weder die noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überraschen. Es ist nämlich mein erster magischer Kinomoment, findet Nemo. Also den hatte ich. Den nachher. Ich bin schon so alt. Ich habe den noch im Kino gesehen. Superwahl an der Stelle. Den nach all den Jahren wiederzusehen wäre wirklich ein Traum. Ja. Auch wenn ich den in der Zwischenzeit natürlich auch wieder hundertmal gesehen habe. Ich weiß auch genau, was passiert und alles. Aber das wäre halt wieder mal. Das wäre was ganz anderes einfach. Sehr schön. Ich darf auch so viel Nostalgie in mir freisetzen. Das ist ein Wahnsinn. Dann. Ein Film, wo ich schon oft zu dir gesagt habe, den ich habe in der Heim liegen, traue mich aber nicht, ihn mir auf meinem Fernseher anzuschauen. Nämlich Blade Runner 2049. Ja. Und zu guter Letzt ein Klassiker, den ich auch noch nie gesehen habe, den du sehr magst. Laurence von Arabien. Laurence von Arabien. Weil der, glaube ich, auch so einer ist, den man absolut auf der großen Leinwand sehen sollte. Ja, der steht natürlich häufig auf meiner Liste drauf. Vollkommen klar. Wirklich? Ja, natürlich. Also Laurence von Arabien ist so, auf das warte ich einfach. Das wird nie passieren, aber das würde ich wahnsinnig gerne mal auf der richtig großen Leinwand sehen. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist kontrovers, weil ich den Film tatsächlich nie auf der großen Leinwand genießen durfte. Ich war damals zu jung. Aber wenn es jetzt einmal so ein Kino gäbe, der sagt, hey, weißt du was, so Jubiläum, weiß ich nicht, 110 Jahre Untergang, Teilzeitung, dann wäre ich dabei. Also Teilzeitung auf der großen Leinwand. Ja. Sofort. Sofort. Gerne. Also da setze ich mich gerne nochmal rein und schaue mir das an. Weil ich war damals tatsächlich im Kino, wie die 3D-Fassung rausgekommen ist von dem Film. Ja. Den habe ich mir angeschaut im Kino und weißt du, 3D, ist halt so eine Geschichte, gell? Kannst du mir irgendwie, musst du aber nicht. Genau. Und den würde ich gerne mit dem richtigen Publikum noch einmal auf der großen Leinwand. Das wäre ich sofort dabei. Kann ich auch. Genauso wie übrigens der Soldat James Ryan. Ja. Der, mhm. Und ich habe einen ganz untypischen Pick, ähm, gewählt als dritten, äh, hat mir noch über ein paar mehr Gedanken gemacht, aber, äh, ich nehme jetzt als dritten, Stadt Lawrence von Arabien, der da auch steht, ähm, Alien. Okay. Alien wäre für mich auch so ein, so ein Rerun, der, den ich gerne mal sehen würde von der großen Leinwand. Und, ähm, eine Frage an dich, Martin, äh, weil wir gerade bei 3D sind, ähm, hast du Avatar damals gesehen? Nein, ich habe diesen Film nicht im Kino gesehen. Wow. Nein, leider. Du bist doch einer der wenigen. Okay. Leider, leider, leider. Ich habe das, na, ich weiß, das ist eine Riesenlücke. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum nicht. Muss ich wirklich sagen, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, ich habe ihn danach, aber ich glaube, durchaus fair gesehen, äh, um den ordentlich bewerten zu können, ähm, nämlich dann tatsächlich bei mir daheim in meinem Heimkino, ähm, mit einer 2x, 3x2 Leinwand, also das geht schon, hm, aber natürlich, dieses Kinoerlebnis fehlt mir, das ist vollkommen klar. Ja, aber es ändert nichts daran, dass Avatar ein Scheißfilm ist. Ja, wie ein Scheißfilm. Hm, ähm. Ich finde schon. Ich habe bewertet halt. Aber, ähm. Ich hasse Avatar. Okay. Ja. So stark. Okay. Ich habe ganz, ganz starke Meinungen. Also im Gang zu meinen ganzen anderen Freunden, weil das war damals, ich kann mich erinnern, wir waren in der 4. Klasse Volksschule, wohlgemerkt, Volksschule, und jeder hat sich auf diesen Film gefreut, weil alle gedacht haben, das wird sicher wie die Animationsserie Avatar, die war halt damals bei uns in aller Munde, ähm, und trotzdem hat ihn jeder super gefunden, obwohl er nichts mit der Animationsserie zu tun hat. Ja, natürlich. Der hat damals alle absolut weggeblowt, und ich habe den damals halt nicht gesehen im Kino. Ja, ja. Ich habe mich nicht davor gedrückt, sondern einfach, weil es das nicht ergeben hat. I don't know. Und dann, als ich ihn später gesehen habe, habe ich mir gedacht, was will mir James Cameron damit erzählen. Also der Film existiert meiner Meinung nach nur, weil James Cameron halt diese 3D-Revolution starten wollte. Das ist alles. Inhaltlich ist der eine, ist der Film eine Nuss. Ja, es ist halt 100.000 Mal schon gesehen. Deswegen, darstellerisch ist das, finde ich, nicht gut, es ist nicht gut gespielt. Keine Ahnung, ich kann stundenlang über Avatar-Operation, sorry. Da durchgeraten deine tollen Picks in ein bisschen den Hintergrund. I'm sorry about that. Macht nix, fein. Das musst du ja auch mal anbringen, weil... Macht nix, das gehört schon da her. Titanic findest du besser? Ja, also ich finde auch die Terminator-Filme, zumindest von Cameron, sehr gut. Ah, übrigens etwas, was da bei mir steht, aber Terminator ist gerade erst heuer mal neu im Kino gelaufen, der zweite zumindest. Deswegen haben wir ihn rausgenommen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, nein, also Titanic könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es ihm den geben wird. Ja, also es ist einfach monumentalstes Kino, so wie es halt einfach kehrt. Und natürlich kann man das alles fürchterlich kitschig finden, habe ich schon ein paar Mal an der Stelle gesagt, aber trotzdem sage ich, das ist einer der großen, letzten großen Blockbuster. Und könnte man natürlich auch über Gladiator reden an der Stelle, wenn es um das geht. Oh ja, aber es kommt ja bald Gladiator 2. Ach, bitte, lass das. Ach, Ridley Scott, ich liebe dich, aber bitte lass das. Das ist ja wirklich... Gefreist dich auf den genauso wie auf Avatar 2, 3, 4 und 100? Das ist ja gleich abstrus wie jetzt The Passion of the Christ Teil 2. Also das ist ja gleich dumm. Lass das. Das ist ja doch ein kompletter Quatsch. Also das muss man wirklich sagen. Was hast du vorher gesagt? Welcher zweite Teil? Auf welchen? Gefreist dich auch schon... Gefreist dich auf Gladiator 2 genauso wie auf Avatar 2, 3, 4 und 100? Ja, super. Also ganz, ganz toll. Wirklich. Nein. Wenn ich schon höre, dass ein Film fünf Jahre lang in eine Produktionshölle steckt, dann ist das für mich ein eindeutiges Zeichen. Das vielleicht nicht. Das ist ja auch der Grund, warum James Cameron in der Zwischenzeit nie mehr was gemacht hat, oder? Weil er halt alles in die Fortsetzung von Avatar, seine ganze... Weißt du, anstatt dass er sich auf das konzentriert, was er wirklich kann, nämlich einen coolen Terminator machen, weil das ist der Einzige, der weiß, wie das geht. Nein. Ja. Weißt du, wir hätten uns so viele Crap Terminator ersparen können, wenn er einfach ein bisschen nachdenkt. Wobei, einen guten Terminator von Ridley Scott würde ich auch gerne sehen. Das ist richtig, ja. Das wäre nämlich witzig, weil Aliens, Aliens von Cameron, Terminator von Scott wäre schon witzig. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Um diese Episode jetzt ein bisschen abzurunden, habe ich mir jetzt für eine Top 3 entschieden, wo ich doch ein bisschen in dein Privatleben hineinstöbern möchte, lieber Sebi. Denn du absolvierst ja im Moment deinen Zivildienst. Frage 1. Wie geht es dir dabei? Gut. Guten Start gehabt. Ich war jetzt erst, weil am Montag war ja Feiertag und am Dienstag, genau, habe ich meine allgemeine Einschulung gehabt, das hatte ich von der Caritas aus. Und jetzt bin ich erst seit drei Tagen dort gewesen. Sehr gechillt alles. Also super nette Leute. Ich glaube Sozialarbeiter, mit denen komme ich einfach gut klar. Und mit ihrem Empathievermögen. Nein, fast alles gut. Die Klienten waren bis jetzt auch sehr lieb und haben mich willkommen geheißen. Und die Arbeitszeiten sind cool. Also alles cool. Alles gut. Sehr, sehr schön. Erzähl vielleicht ganz kurz in ein paar Stichworten, in welchem Bereich bist du tätig? Von der Caritas aus bin ich in einem Streetwork-Kontaktladen tätig, wo vor allem drogenkranke Leute hinkommen, also kein Alkohol und Alkoholkranken und Leute, die zum Beispiel nur, weiß ich nicht, Kokainabhängig sind, sondern wirklich mehrere Substanzen sozusagen missbrauchen. Okay. Und super wichtige Arbeit, die du da leistest an der Stelle. Das gehört einmal wirklich öffentlich auch gesagt. Und haben mir gedacht, das lassen wir ein bisschen einfließen. Und sprechen jeweils über drei Filme, von denen wir so der Meinung sind, wenn man eine harte Zeit im Leben hat, die durchaus helfen können, so das ein oder andere Leiter ein bisschen zu lindern oder einem vielleicht ein bisschen Kraft zu geben in gewissen Schieflagen, die das Leben so bereithält für einen selber. Bin dementsprechend auch sehr gespannt auf deine Picks. Würde sagen, vielleicht hau doch mal einen raus. Das war wieder sowas, wo ich mich relativ leicht dran habe tatsächlich mit den Top 3. Vor allem mit den ersten zwei, die ich jetzt nennen werde. Der erste ist ein Film, der auch in meinen Top 10 aller Zeiten vorkommt, nämlich der unkonventionellste dieser Top 10, falls du dich erinnerst, nämlich Hangover Part 1. Ja, natürlich. Ja, also klar, das ist für mich mit Aufstand die Nummer eins. Jedes Mal, wenn ich den Film schaue, egal ob, ich kann die Gags und alle ja schon auswendig, die 20 Mal, die ich den mittlerweile gesehen habe, aber jedes Mal muss ich mich zu Tode lachen. Das hat sich bis heute nicht geändert, deswegen in guten wie in schlechten Zeiten gönne ich mir den gerne. Super erste Wahl. Ich hau gleich meinen raus. Ich habe mir gedacht, für meinen, in dem Verlust, hätte ich glaube ich da einen Platz 1 schon gesagt. Ja. Ich habe kein Ranking, deswegen haue ich einfach den ersten. In dem Fall habe ich das so interpretiert, welcher Film holt mich im Grunde, wenn es nicht gut geht, auf das Level, das ich sage, und trotzdem kannst du aus dieser dummen Situation was aus dir selber machen. Wenn du das willst. Und das ist ein irrsinnig kitschiger Film, den ich damals im Kino gesehen habe. Und ich weiß noch, ganz genau, wie ich damals aus dem Kino rausgegangen bin, mir meiner Tränen sehr geschämt habe, weil ich in einem sehr schwierigen Alter war damals. Und ich war dann zusammen mit meinen Eltern und mit meinem Taufpaten. Und meine Mama ist dann damals nach dem Film, so wie man es halt macht, auf die Toilette entschwunden, weil man muss sich ja wieder ein bisschen herrichten und ein bisschen zusammenklauben. Und es waren sämtliche andere Damen, die da drinnen waren, waren offensichtlich im gleichen Film, denn da war eine Hochsaison vor einem Schminkspiegel, weil jeder hat sich irgendwie neu herrichten müssen. Und jeder hat gesagt, es war aber so schön. Also es ist nicht, ich spreche von einem wunderbaren Film mit Morgan Freeman und Jack Nicholson, den man ein bisschen vergessen hat in der letzten Zeit. Der ist vielleicht ein bisschen formelhaft, aber ich liebe diesen Film. Der heißt The Bucket List, auf Englisch. Ja. Im Deutschen heißt der, jo, wie heißt der auf Deutsch? Habe ich jetzt tatsächlich vergessen, wie der heißt. Keine Ahnung. The Bucket List. Ich glaube, das ist auch der bessere Titel, weil der deutsche Titel ist so ein bisschen kitschig. Hast du den Film einmal gesehen? Nein, leider nicht, aber das klingt ja sehr, das klingt dann auch als müstig in mir anschauen. The Bucket List ist ein Film über, ja, im Grunde zwei todkranke Männer, die sich auf der Intensivstation begegnen. Einer ist ein Automechaniker, gespielt von Morgan Freeman. Und der andere ist ein typischer reicher Schnösel, gespielt von Jack Nicholson. Perfekt an der Stelle. Super Rollenball. Und der Automechaniker hat so ein paar unerfüllte Träume im Leben. Und bringt den anderen auf die Idee, man könnte sich ja eine Löffelliste zusammenschreiben mit Dingen, die man irgendwann einmal in seinem Leben gemerkt haben sollte. Weil es gibt ihm selber Kraft in seiner Lage. Die sind beide an Krebs erkrankt. Und sie machen diese Liste und beschließen dann, weil der eine eben relativ viel Geld hat, beschließt er, ey, der eine ist mir sympathisch, ich gehe mit ihm auf diese letzte Reise. Und entführt ihn aus der Intensivstation und dann geht es ab. Rund um die Welt. Und natürlich irrsinnig traurig, irrsinnig schnulzig zwischendurch. Aber das ist Wohlfühlkino. Meine Güte, habe ich den Film geliebt. Wunderbar. Den habe ich gar nicht am Radar gehabt. Ja, bitte. Vor allem mit den zwei Darstellern. Unbedingt mal nachschauen. Das ist ja eigentlich ein Skandal, ja. Unbedingt mal nachschauen. Deine Nummer zwei. LalaLand. Oh. Weil jedes Mal, wenn ich den Film sehe, bin ich verliebt. Ja. Und werde das Gefühl auch den restlichen Tag nicht los. und das ist ja, ist es nicht das schönste Gefühl, das man haben kann. Deswegen, ja. Eindeutig Nummer zwei. Also du gehst mit deiner Nummer zwei, mit dem Film, der dich Liebe quasi entdecken lässt. Ja, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Wir haben ja schon oft genug über den Film geredet. Es sind jetzt nicht die kreativsten Pics, die ich da habe, aber es ist einfach das, was mein Gefühl mir sagt. Fein. Und das ist doch das Schönste. Finde ich bemerkenswert, dass der Film, die, ja gut, es ist das Wesen der Liebe natürlich. Das stimmt schon. Genau. Das stimmt schon. In seiner ganzen Tragik eigentlich. Schon. Ja. Also, es ist halt wie, ich verliebe mich während dem Film in die zwei Darstellern. Mhm. Und auch irgendwie in das ganze Traumland Hollywood, so geschädigt Hollywood mittlerweile auch sein will, aber das gibt einem einfach Motivation, dort auch irgendwann hinzukommen. Ich weiß nicht. Ja. Mir ist übrigens jetzt gerade der deutsche Titel eingefallen. Das Beste kommt zum Schluss, heißt er tatsächlich. Oha. Ja, so wie ich gesagt habe, blöder deutscher Titel. Ja. So, mein zweiter Pick, weil du jetzt gerade Liebe reingeschmissen hast, mache ich gleich weiter mit Liebe. Es ist ein wunderschönes Gefühl und ein Film, also keiner meiner drei Filme sind irgendwie Best Pictures oder so, bei weitem nicht. Maximal über den Durchschnitt wahrscheinlich für ganz viele. Aber das ist so ein Film, der mich, weißt du, kennst du dieses Gefühl, wenn du einen Liebesfilm schaust und dir denkst, ich weiß ganz genau, dass der jetzt natürlich nicht top ist, aber der ist ja wohl wirklich herzig. Natürlich, wer kennt's nicht. Ich möchte da ganz schnell einen Film von der Nancy Meyers reinhauen, der Grand Mistress, wenn es um dieses Genre geht. Liebe braucht keine Ferien. Aha. Sag mir was. Der wird jetzt wieder aktuell, weil der zu Weihnachten spielt. Es geht in diesem Film um zwei Damen. Eine ist eine Trailerproduzentin und eine ist, ich weiß gar nicht, was die andere ist, glaube ich, Autorin oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei sehr gegensätzliche Damen, die sich auf einer Häusertauschplattform kennenlernen und beschließen, für die Weihnachtsferien ihre Leben zu tauschen. Die eine zieht ins Haus von der anderen um. Die eine wohnt in Surrey, in England, im tiefsten Land und die andere lebt in Los Angeles. Das High-Society-Leben. Und ja, weil sie beide im Grunde von der Liebe schwerstens enttäuscht werden, sich dann denken sie möglichst mit Männern überhaupt nichts mehr zu tun haben und gehen jetzt quasi ihre eigenen Wege und finden sich selbst. Und das Blöde ist allerdings, dass ja, dort gibt es halt auch Männer. Und blöderweise halt Männer, die jeweils mit dem Leben der anderen ein bisschen was zu tun haben. Nicht negativ, aber doch irgendwie. Und die Besetzung, über das kann man streiten, dass für viele rote Tücher, weil Cameron Diaz und Kate Winslet spielen da die Hauptrollen. Aha. Ja. Ja. Fein. Dazu sieht man dann Jude Law und Jack Black als potenzielle Partner. Super. Das ist einfach, ich weiß ganz genau, dass der so seine Fehler hat, aber der ist grundsympathisch, der Film. Also wirklich echt herzig. Also gerade eben für Weihnachten ist das, da wird man richtig warm ums Herz, wenn ich über den Film spreche. Ganz, ganz herzig. Ganz lieb. Finde ich cool, dass du da jetzt so viele Perlen oder Filmtipps abgibst. Na ja, Perlen. Ja, na, aber im Gegensatz zu meinen Mainstream-Langweilern hast du da schon einige. Na, zieh auf. Ja, na doch. Aber was soll ich machen? Es ist halt einfach so, dass mir mein Rauchgefühl sagt, ich kann mich schwer selber anlügen. Das ist doch super. Platz drei? Platz drei, Monster AG. Die Monster AG. Wow. Ich hätte auch locker auf Findet Nemo sagen können, aber das habe ich halt vorher schon erwähnt. Deswegen, für mich sind die beiden ungefähr auf einer Wellenlänge. Ich wollte nur einen Animationsfilm dazutun, weil für mich gehört das absolut bei so viel gut, in diese viel gut Kategorie dazu. Und nachdem Monster AG ja mein zweiter Lieblingsanimationsfilm ist, habe ich mich auch für den entschieden, weil einfach diese utopische Welt der Monster und dann diese doch realistische des Kindseins oder der Menschen, wie die zueinander finden und was für eine Beziehung zueinander aufbauen. Vor allem habe ich den Film halt auch ungefähr in dem Alter, oder ein bisschen älter war ich schon, aber ungefähr in dem Alter von dem Kind, das halt in den Monster AG in Erscheinung tritt, geschaut. Da hat man halt auch selber das Gefühl, dass man da jetzt mit dieser neuen Welt konfrontiert wird und sich mit denen so anfreundet. Und das Gute in Monstern einfach entdeckt, weil natürlich die voreingenommene Meinung über Monster ist, dass sie halt einfach schrecklich sind. Es sind auch manche Monster in dem Film, aber in dem Fall Sullivan und Mike und die Kleine, deren Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Hast du ja nicht Boo? Boo, genau. Boo wegen Schrecken, genau, hast recht. Dieses Trio ist unvergessen und verleiht mir ein echt sehr, da wird es mir einfach warm ums Herz bei dem Film, trotz des traurigen Endes. Wie stehst du, apropos, wie stehst du zur Fortsetzung? Ich fange mal nicht damit an. Okay, so schlimm, echt, tatsächlich. Ja, also, den habe ich natürlich auch im Kino gesehen, weil ich mich darauf gefreut habe. Ich kann noch nicht sagen, dass er besser als gedacht war, weil das war er halt einfach nicht. Ich finde, der war einfach langweilig. Okay. Ich habe den echt fad gefunden. Vielleicht das Interessanteste an der Vorgeschichte war, wie Randall zu diesem Monster geworden ist. Oder auch charakterlich zu einem Monster, weil das war er ja nicht immer. Ja. Aber that's it. Ich finde, das war mit Abschand der interessanteste Aspekt an dem Film. Sonst war der mir relativ kalt gelassen, leider. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Zum einen Platz drei, nur der Filmtitel, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, denn ich habe den im Film schon sehr, sehr oft gelobt auf diesem Kanal. Da hätte es natürlich auch ein anderer sein können, aber ich bin ja ein Sacker für gute Sportsdramas und Sportstiteln. Eddie the Eagle. Eddie the Eagle ist ein toller Film. Ja, ja. Das ist einfach Punkt, fertig. Ich hätte auch ganz gerne über Coolrunning-Sets sprechen können an der Stelle, aber habe mich dann für den qualitativ besser entschieden. Ja, brauche ich glaube ich nicht ausführen, warum das so ist und warum der mich regelmäßig zum Lachen und einfach ein gutes Gefühl gibt. Ja, das ist einfach herrlich. Genau so mache ich das. Spannende Geschichte, also Leute, falls es euch mal nicht gut geht und ihr mal eine gute Zeit braucht, dann könnt ihr natürlich gerne auf diese sechs Tipps zurückgreifen. Bin auch schon gespannt, Sebi, falls du das einmal schaffst, diesen Bucketlist nachzuholen, da wäre ich echt gespannt auf deine Einschätzung. Ja, du hast mir absolut Lust gemacht drauf, vor allem weil ich letztens an Jack Nicholson Film gesehen habe, also vielleicht kann ich ja daran anschließen. Schau mal, schau dir mal den Trailer an, vielleicht gibt er da was. Also, an dieser Stelle, glaube ich, lassen wir es gut sein. Yes. Ja, können wir uns verabschieden von unseren treuen Hörerinnen und Hörern. Danke, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart. Freut euch auf vielen neuen Content in der kommenden Woche, stehen einige Filmbesprechungen an und das Update droppt ab bald. Also, an der Stelle, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Fiat euch, baba. Macht es gut, tschüssi. Tschüssi.